Treffpunktclub am Donnerstagabend. Heute nicht mit einem Fanclub, der bei mir zu Gast ist, sondern mit einer privaten Initiative. Und zwar sind das die DIPG-Fighter, namentlich Alex und Steffi. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Unter der Abkürzung DIPG kann sich mancher Clubfan sehr viel vorstellen, weiß Bescheid, um was es da geht. Für diejenigen, die jetzt völlig blank sind, um was geht es da? DIPG steht für Diffuses Intrinsisches Ponsgliom. Das ist ein Stammhirnkrebs, der hauptsächlich bei Kindern im Grundschulalter auftritt. Eine der sogenannten seltenen Krankheiten. Also es gibt weltweit nur circa 300 Fälle pro Jahr, die bekannt werden. Es gibt sehr wenige Erwachsene, die auch daran erkranken. Aber letztendlich ist es eine Krankheit, die sehr, sehr selten ist, die kaum jemand kennt und die leider heute keine Heilung hat. Also die Krankheit ist tödlich. Und jetzt machen wir den Link nach Nürnberg, denn es gibt die kleine, oder es gab die kleine Lina, die Tochter eines Fahnenschwenkers vom 1. FCN. Die so einen Tumor hatte. Lina ist im Dezember letzten Jahres verstorben, kurz nach ihrem siebten Geburtstag. Wie kommt ihr jetzt da ins Spiel? Andi Meier, der Fahnenschwenker, den du gerade angesprochen hast, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und inzwischen ein Freund. Und wir haben diese ganze Erkrankung bis zum Tod von Lina mitverfolgt. Und wenn man sich den Blog der beiden durchliest, also Gott sei Dank sind sie damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist so herzzerreißend. Man kann das kaum am Stück lesen. Jeder, der kleine Kinder in der Familie hat, der denkt sofort daran, was passiert da? Warum gibt es sowas? Und warum kann man da nicht helfen? Und letztendlich sind wir dann auf Andi zugegangen und auf Nadine und haben die beiden gefragt, ob sie damit einverstanden wären, wenn wir auf dieser tragischen Geschichte aufbauend die PG-Fighter ins Leben rufen, um etwas zu tun. Und die beiden hatten unabhängig von uns bereits Kontakt mit der Stiftung für innovative Medizin in München aufgenommen. Und letztendlich hat dann Alex Beck, Alexander Beck, der die Stiftung gegründet hat, uns alle zusammengeführt. Und jetzt kämpfen wir gemeinsam. Und was macht ihr als DIPG-Fighter jetzt dann in diesem Kampf? Wir haben eine Facebook-Seite gegründet und auch auf Instagram und Twitter sind wir auch unterwegs. Und versuchen eigentlich so viel Aufmerksamkeit wie möglich für dieses Thema DIPG zu erregen, weil so wenig Leute es kennen. Also es gibt auch sehr viele Ärzte, die noch nie von DIPG gehört haben, so wie der Dr. Alexander Beck damals. Der hat auch das erste Mal davon gehört und konnte nicht glauben, dass es eine Krankheit gibt, immer noch für die es keine Heilung gibt oder keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ja, und wir versuchen einfach viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wir posten regelmäßig auf unseren Seiten und erstellen kleine Videos und Bildchen. Und wir sammeln natürlich Spenden für die DIPG-Forschung. Die Stiftung für innovative Medizin hat auf Better Place, das ist eine Internetseite, auf der Projekte gestartet werden können, für die man Spenden sammelt, haben die ein Projekt gestartet für die DIPG-Forschung. Und da weisen wir immer drauf hin. Ja, und dann gab es da noch diesen Oldtimer-Mercedes in Silber mit ganz vielen Logos drauf, der beim letzten Clubheimspiel gegen Heidenheim im Stadion stand. Und darüber unterhalten wir drei uns gleich weiter nach Nazareth und Turn on your Receiver. Das ist richtig cooler 70er-Jahre-Rock hier bei Treffpunkt Club am Donnerstagabend. Treffpunkt Club am Donnerstagabend mit Basti Wendl im Gong-Cockpit und mit Steffi und Alex von den DIPG-Fightern. Die sind heute Abend meine Gäste. Wir haben uns eben schon über das diffuse intrinsische Ponsklium unterhalten, diesen schrecklichen Hirntumor, der die kleine Lina, die Tochter eines Nürnberger Fahnenschwenkers, den die Tochter eines Nürnberger Fahnenschwenkers hatte. Und jetzt reden wir über einen richtig coolen silbernen Oldtimer-Mercedes, mit dem ihr unterwegs wart, und zwar beim Heimspiel gegen Heidenheim vom Club. Genau. Letztendlich geht es uns darum, Spenden zu sammeln, um die Forschung zu finanzieren. Forschung ist sehr, sehr teuer und an der Stiftung arbeiten viele ehrenamtlich. Wir brauchen Öffentlichkeit und die erregt man am besten dadurch, dass man irgendwie in Erscheinung tritt. Dafür ist der Mercedes da. Den haben wir folieren lassen, voll DIPG foliert von einem befreundeten Folierbetrieb. Und jetzt geht es darum, dass das Fahrzeug so oft wie möglich im Einsatz ist bei verschiedenen Veranstaltungen. Dort stehen wir dann mit einem Stand und informieren über DIPG auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann dann bei uns gespendet werden. Und der FCN hilft auch mit. Stichwort Match One Trikot von Enrico Valentini. Das war sehr, sehr klasse. Der FCN hat uns sehr kurzfristig, sehr schnell und sehr unbürokratisch unterstützt. Und Enrico hat sein Trikot nicht nur selber unterschrieben, sondern es hat die gesamte Mannschaft unterschrieben. Und im Rahmen des Heimspiels gegen Heidenheim haben wir das Trikot verlosen können. Und ja, morgen Abend ist die Trikotübergabe. Schauen wir ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Was plant ihr für Aktionen? Was kommt da auf uns, auf die Fans, auf alle Interessierten zu? Also das Thema Fußball zieht natürlich in Deutschland sehr viele Menschen an. Und gerade auch hier in Nürnberg, wir sind ja komplett fußballverrückte Ecke. Da schließe ich auch Vorstadtvereine mit ein. Und wir versuchen jetzt im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft einige Aktionen in und um Nürnberg zu veranstalten, wo wir uns mit unserem Fahrzeug und einem Stand präsentieren, um über DIPG zu informieren und gleichzeitig Spenden zu sammeln. Des Weiteren wird im Laufe des Jahres noch einiges andere passieren. Beispielsweise fahren wir mit dem Fahrzeug tatsächlich eine Charity-Rallye. Zehn Tage, 4000 Kilometer quer durch den Balkan bis runter nach Tirana und zurück. Diese Rallys fährt man nur mit, um Spenden für etwas zu sammeln. Und mein Cousin und ich haben uns gedacht, dann geht es eben 4000 Kilometer über den Balkan. Starke Aktion, wirklich toll. Wenn man sich informieren möchte über euch und eure Arbeit, wo kann man das tun? Zum einen auf Facebook, DIPG-Fighter, da findet man uns sofort. Wir sind die einzigen da. Instagram das Gleiche, auch DIPG-Fighter, Twitter DIPG-Fighter. Ja und letztendlich gibt es natürlich auch alles, was von der Stiftung selbst kommt. Also wer sich informieren möchte, es gibt neben uns auch noch die Seite fight.dipg.org und auch die eigentliche Seite der Stiftung innovativemedizin.de. Letztendlich reden wir davon, dass wir über drei Jahre circa 500.000 Euro generieren müssen, damit die Stiftung mal eine Zeit lang langfristig arbeiten und forschen kann. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und aktuell steht die Finanzierung leider nur noch bis Ende dieses Jahres. Okay, also es gibt noch viel zu tun. Wem das jetzt alles zu schnell ging mit den Namen und den Links und so weiter, ich werde die auch alle noch auf die Facebook-Seite von treff.club am Donnerstagabend stellen. Da könnt ihr euch dann auch einfach noch per Klick mal informieren. Dann danke ich euch an der Stelle schon mal für den Besuch. Wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft, dass es alles so klappt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr tolle Organisation, eine sehr, sehr tolle Initiative. Und gebe euch, wie jedem anderen Gast auch, abschließend noch die Möglichkeit, euch einen Song zu wünschen, den ich gleich hinten dran spielen würde. Wir wünschen uns von Queen Fat Bottom Girls. Aus irgendeinem bestimmten Grund oder einfach nur so? Wenn der morgens Ballon läuft, dann ist der Tag auf jeden Fall gerettet. Da ist die Stimmung genial und wenn er abends läuft, ist die Stimmung genial. Den kann man immer hören. Und zusätzlich war es noch der Lieblingssong von Steffis Vater. Und das ist natürlich auch immer eine schöne Erinnerung. Besser geht's nicht. Dann machen wir jetzt gute Stimmung mit Queen und Fat Bottom Girls. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr zu dir gesucht wart. Dankeschön. Danke dir. Danke dir.